Hallihallo, liebe Eisenbahn- und Naturfreunde. Ich bin der Berglücke, das war die Ausweiche der Waldbahn und möchte heute den zweiten Teil machen. Bin mir nicht sicher, wo die Bahn war, aber ich habe eine Vermutung, ich werde dort starten. Hier war die Ausweiche der Waldbahn. Gehen wir los, schauen wir mal, wo man richtig ist. Leider habe ich keine detaillierten Pläne gefunden von der Trassenführung, aber ein Plan war der Stifterteich drauf und dieser Weg führt zum Stifterteich, so meine Vermutung. Hier war diese Abzweigung zum Stifterteich und dann geht es weiter Sackgraben. Gurenmühle, Dürrenberg, zurück nach Bernkopf. Das ist heute so mein Plan, diese Strecke abzugehen. Schauen wir, was wir sehen werden. Bleibt dran, schönes Wetter bis jetzt. Ja, hier haben wir den Kampleitenteich. Fischern baden, Ufer betreten, verboten, weiter geht's. Wie hat yuan gehört das? Wir sehen uns, wie übers stift. Unsere Zeit haben trotzdem ein Eigenier Voorhearts ge annualischt. Und zwar die Brasilienродante aus dercke, dass wir übers copyright am typen sind. Die Wettbewerbs verklemmen sind uns zu spätzig, dass wir dinaden wurden, aber chega etwas Nikolaus zu économ medo. Dramat명이, wie zum Beispiel wird der Umgang begreimal hinbekommen. So, hier geht es dann weiter, ein kurzer Side-Step zum Stifter-Teich. Ja, das Wasser ist grün-schwarz, sogar einen Einstieg, kann man nur ein Bad nehmen wahrscheinlich, aber es ist wahrscheinlich privat. Ich bin jetzt neben der Straße, beziehungsweise Trasse, wenn sie es war, schaut schon dann aus. So, jetzt geht es schon längs, sind schon die ersten MTB-Strecken, schauen wir, was es da alles gibt. Granitrail, Waldbahnstrecke und Höllberg. Für mich geht es jetzt Richtung Sackgraben. So, jetzt gibt es wieder einen schönen Side-Step. Der Stein, die Stein-Formation, da oben nennt sich Durchgangsspalt. Gehen wir mal raus, schauen wir. Wahnsinn. Sieg, das gibt. Sieg, das gibt. Sieg gibt was. Sieg, ihr Overt empowernt. Sieg, das gibt was. Durchgangsspalt, durchgehen kann man glaube ich nicht da, geht schon ein bisschen rein, zwei Meter Schaut sich, da sind die Bäume, wachsen hier, um Steine So, wo geht es da jetzt weiter Hier ist ein Spalter So, wo geht es? Musik Das nennt sich Spitzerwiese mit schönem Bach hier. Muss ich schauen welcher das ist. Infopoint, Gjahrshütte, Sargbergen steht hier. Ja, hier in Unterführung mit Bach. Schau mal, ob es irgendwas zu sehen gibt hier. Natürlich, auf jeden Fall. Ja, kleine Brücke mit Bach unten durch. Ja, hier geht es relativ steil runter. Kann man gar nicht vorstellen. Aber da die Bahn gefahren ist. Ja, wunderschöner Wald hier. Da wird das Führung. Ja. 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 Ich bin bereits in Ort oder Ortstein Sackkram. Untertitelung des ZDF, 2020 Postkasse, Spiegplatz. Ja, der Mann da unten hat gesagt, hier war die Trasse. Unten ist ein Weg auch, aber hier ist die Trasse gewesen in der Bahn. Ja, ich werde hier ein Stück gehen, mal schauen. Mal schauen. Ja, das stimmt. Wer die Trasse gegangen ist, der Mann gesagt hat. Ja, ich bin nicht mehr auf der geplanten Ruppe. Das ist jetzt so ein Zapper. Jetzt geht es da weiter. Ja, man sagt, da waren Brücken oder Bierdruck da oder so. Aber noch nichts gesichtet. Geht es einmal den Weg da weiter. Ja, links und links. Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Ja, jetzt bin ich wieder zurück am geplanten Weg, der ist hier wie bei einer Brücke. Ich wäre hier gekommen. Ich gehe jetzt den geplanten Weg weiter, ja verlasse wieder den geplanten Weg, gehe links, runde den Berg hier, vielleicht sehe ich noch irgendwas, mal schauen, gehe in den Steinbruch, Sankauwe, oh hier. Ich kann sehen, den Sankau men, den Trass in Po, und da unter Po in den Riechweiß. Hier sehen wir den Kett, ganz weg hier. Das Mosen gefahren noch. Musik Ich werde meinen Kreuzdeich sehen und ein bisschen die Strecke, wo ich geplant habe. Gehts weiter heroben am Berg. Ja, ich bin auf Höhe Thürnberg. Gibt es einen Hof. Unten wäre mein geplanter Weg gewesen. Ich gehe hier weiter im Wald. Längs wäre mein geplanter Weg gewesen. Auch Eisenwurzenweg geht hier. Da bin ich schon gegangen. Von hier gekommen. Die Trasse, ob die hier war, glaube ich nicht. Aber vielleicht wäre es das schon. Ich leider nicht. Gehe nicht 08 weiter nach Bernkopf. Sondern rechts hier. Einen anderen Weg, den ich noch nicht gesehen habe. Ich tue noch die Kelle. Und da war der Kelle. Das ist ja. Die Kelle ist nehmlich. Die Kelle ist nehmlich. Eine Kelle ist nehmlich. Ah, schön gespalt hier. Ja, jährlich. Wahnsinn. Vielleicht einmal eins gewesen. Kann sein. Oh, schön gespalt hier. Ja. Ich würde gleich nehmen eine Stütze. Ach, schön. Ach, schön. Mal essen. Schaut sich das an. Ja. Das should be most. Ja. 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 Aber auch einmal die eine Steinbruch- oder Sandgrube. So, jetzt gibt es eine Kurve. Ja. Unten die MTP-Strecke. Gerade ein paar herbeigefahren. So. Mal schauen. Wie ich jetzt weiter gehe. Nach Bernkopf. Entlang der MTP oder woanders. Ich habe mich entschieden für die Langlauf-Läupe. Und nicht den Bernkopf. Ja. Ja. Das ist ein bisschen. Ja. Und nicht den Bernkopf. Und nicht den Bernkopf. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Und nicht den Bernkopf. Ich bin ein bisschen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nach 6 Stunden 20 und 26 Kilometer bin ich wieder zurück bei Berglücke, der Ausweiche, meinem Startpunkt für den zweiten Teil der Waldbahn. Ja, es ist nicht ganz gut gelaufen, ab Saargraben ein bisschen chaotisch, weil der Mann hat mir irgendwo hinverwiesen, ob das gestimmt hat, weiß ich nicht, hat er komplett im Wald dann irgendwie verzettelt. Aber trotzdem war es eine schöne Tour, viel gesehen, schöner Wald, Bäche, Saargraben, sehr schön gewesen. Und ja, ich bedanke mich für's Zuschauen. Das war die Waldbahn des Weinsberger Forst. Tschüss!